Jajaja Leute und da sind wir wieder zurück bei Minecraft Tag & Light, ich bin immer noch im NETA gefangen, Crap, nein ich bin nicht gefangen, aber ich bin immer noch im NETA. Oh Leute. Max ist ein Spitz. Ist hässlich. Ich glaub die Steine sind schnell abgebaut. Jetzt die Frage, kann ich im NETA mit Hilfe einer Solarplatte Strom bekommen? Ne. Woher? Lava? Licht? Äh. Solarisch funktioniert nicht. Ich hätte auch sagen können. Ich wusste. Ne hättest du mir nicht sagen können. Doch ich hab's gesagt, das geht nicht. Eben. Haben wir beide gesagt. Ja. Dann? Wenn's jetzt gegangen wär, dann wär ich der Boss gewesen. Ja wenn. Dann bist du der Boss. Bist du aber nicht. Nein bist du nicht, also. Oh. Oh fuck. Energie leer. Oh. So. Sven wirst du diese automatisch betriebene alte Farm noch behalten, oder? So ich kann nicht die vergrasen. Meditärfarm? Ja. Die hast du sonst. Ja. Die kannst du erstmal wegmachen. Ich würd sagen, die bauen wir drüben wieder automatisch in den Bauernhof rein, oder? Ja. Automatisiert. Ja. Kann ich die Box da alles abbauen? Mag? Kann ich die Box da alles abbauen, oder gehen die kaputt? Hm. Keine Ahnung. Ranger. Das sind schwere. Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Kann ich die Baumform nicht einstellen, dass die Blätter auch einsammeln? Ich brauche nämlich einen Billett. Doch, kann man. Bochblätter. 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 Na nach dem Kasten. Der abbaut. Die Shareleaves. Und dann geht das. Oh Mann, hier explodiert alles! Nee, das war scheiße. ähm schaden wurde zum ersten Mal für die 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 b warum bau der ich immer noch nicht an weil ich bin auch da kennt sich Markus schon besser aus wie du langsam wird es amtselig nein da wird immer nur Fichte sie müssen doch jetzt langsam mal weg sein das wird jetzt immer neu zählen nein das wird keine neuen Fichten zählen doch nein ja hat er Markus was willst du schon wieder mit deinem schweren du hast du den Scherz schon da wie viel Closed on habe ich denn jetzt ja muss reichen ich hab nicht mehr viel Energie Birkenlaub aus im Schluss würde ich mal ob die Feind drauf machen dass sie sich bewegen ja was Alkos ich hab Blätter in der Hand du wirst mich eh rechnen das weiß ich ja du kannst zu mir hinlaufen und auf 1 drücken oder so und dann schlafen ich will gucken wie die Birkenblätter aussehen äh die Eichenholzblätter aussehen siehst du du? das sind Birkenfichte ich will Eiche mhm was brauche ich mir jetzt zu essen ich weiß es noch nicht ich weiß auch nicht was du dir zu essen machst ich weiß nur ich machen wir brauchen will nein das ist Fett ist nicht gut doch Fett ist geil Fett ist geil Fett ist besser Fett ist besser ja ich will ja ich will Fett ist Fett ist ein Blatt-Fan okay lass ihn das ist sein freier Wille du bist scheiße alter ganz ehrlich schau dich an warum hast du schon wieder das Neue warum liegen hier überall Blätter anzuschauen weil ich sie für mein Ding brauchen und warum ist sie ein Skelett verdammte Scheiße das muss man aufgeladen werden das brauche ich aufgeladen das brauche ich aufgeladen das haben wir auch gek Tuddele ähm ja ich will mal die Ding an gucken aua aua die chest wird nicht mehr leer die chest von den Curries? ja ja das ist ja nicht mein Problem Digga die scheiße du so voll ich hab's mal von Hand leer gemacht theoretisch könntest du auch immer ein bisschen netherrack verbrauchen dann haben wir jetzt auch eineinhalb tausend für was? äh weißt du für was? du willst immer irgendwas schreddern in deinen komischen Dingern so ein schredder ist doch einfach ich hab jetzt hier Ding ich lasse jetzt Stein wieder verschreddern ja die Curwis sind immer noch ziemlich weit an der Oberfläche aber überall ist jetzt jede Menge Wasser drauf also wir kriegen auch jede Menge Obsidian das brauchen wir später hab ich festgestellt mit Obsidian kannst du auch richtig geilen Scheiß noch machen das kannst du verflüssigen dann hast du flüssiges Obsidian und so Zeugs ja dann kann man Waffen gießen mit Tinkers Construct genau das hätten wir auch direkt am Anfang machen können weil das ist eigentlich so ein Start Ding was man direkt am Anfang macht und nicht im Late Game weil die technischen Sachen sind alle viel besser wie die wo man da gießen kann ach was größtenteils zumindest weil wir es nicht selber nicht farmen gehen von dem her von dem her von dem her warum werde ich eigentlich komm doch ich hierher weil ich mit Marks Sachen voll geschehen Deine Sachen gewesen ja gewesen jetzt sind sie es nicht mehr jetzt bist du dafür zuständig so jetzt brauche ich close down Blöcke okay da muss ich jetzt Redstone außen rumpacken geil wie viel Redstone wir haben zehn Stück gleich kann man Redstone irgendwie aus Dings herstellen ja kann man ja kann man vier Jumeter brauche ich dafür ja wir haben ja nur einen eineinhalb tausend mach ich mal wieder wegen Redstone ne äh du hast jetzt Oakleafs über 2.000 Foto reichen die? äh Oakleafs? über 2.000 boah das reicht dann solltest du Shareleafs wieder ausschalten bin ich in der Nähe sonst hast du dabei ne Milliarden drin damit könnten wir übrigens auch unseren Ding betreiben eben lass mal laufen das ist unendlich das Zeug ja aber ich glaube dann kriegst du keine Saplings mehr raus ach so dann hast du halt irgendwann keine Saplings mehr das kacke mir ist nicht kacke es ist die reality man reality nein mhm Markus du machst das echt schön muss ich sagen ja voll so ich mach jetzt mal da oben ein bisschen Foto fertig weil sonst weint der bald was denn? sein LG Defi ach so ja dafür hab ich sie hier angestellt ja und hier hab ich gemerkt dass irgendwas irgendwas stimmt noch nicht so ganz geil mit meiner Rest dann irgendwas muss ich da noch verbessern boah das Internieur dafür den Tempel zu bauen wird nachher noch ein riesen gefick das was? ich muss das Ding innen drin auch noch ausbauen aber uns hast es innen drin auch mega geil ja ich hab's dir ja in der Spezialfolge gezeigt ist geil oder? ich hab gesagt da kommt noch was dazu echt? geil! cool dass wir so einen Ingenieur haben wie dich eben also bleibt das auch definitiv nicht das kann ja jeder bauen ne du nicht weißt was ich bei mir reinbaue auf jeden Fall Kanonen und Fallen du brauchst Kanonen in einem Maya Tempel nein in einem chinesischen Tempel lauter Kabel lauter Kabel die bauen Kanonen in ihrer Tempel wie soll die Kabel nicht abbauen die brauchen wir noch? ihr könntest du noch da du Spacken du sagst lauter Kabel ja ja lauter Kabel die kann man abbauen tipp tipp die werden durch Bewegungssensoren ausgelöst die Kabel nein die fallen nein die fallen ist das für was Bewegungssensoren? nein fuck gibt nur Tripwire ja gut ich sehste ja aber wie hörste hast du diesen mal einen Timer gestellt? nein aber ich weiß man die Folge zu Ende ist weil ich stehe mir eigentlich nie einen Timer aber ich gucke auf die Uhr aber das habe ich vercheckt gehabt von und es reicht immer noch nicht ich muss wieder ein paar auch einfach closed down aus Juju machen das wäre einiges hilfreicher wie viel Juju haben wir denn eigentlich so ungefähr? ja 1,7.000 1,9? das ist nicht viel hör auf ne Juju zu verballern das ist viel 1,7 ich hab mal ein Stack closed down gemacht ja wie viel Juju hat das gekostet? keine Ahnung 20 ich weiß was ich gemacht schuld no ich hab zu viel abgebrotten was? ich töte dich ja also auf der Stelle wo bist du? ich bin unter der Baumfarm jetzt habe ich aussehen jetzt gestillt waaat 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 what the fuck ja äh foto deine Baumfarm funktioniert nimmer ja irgendjemand hat die Kabel davon geratet ja ich hab zu sehen ich hab gesagt du sollst die Kabel nicht abbauen du Lappen hast du auch das Gerät abgebaut? ja alles einfach hat sie glaub ich ich hab das einfach alles geratet ja boah stürb einfach alter ja stürb mich halt es bringt aber eh nichts wenn du mich zürzt so ist ein mongo unglaublich ey unglaublich ich hab mir noch gesagt du sollst dich abbauen aber nein dann Markus du kriegst jetzt den Kloster und du machst für mich das da oben fertig dafür dass ich meine Fahne wieder aufbauen darf das ist ein Kloster was ist ein Kloster was ist ein Kloster ja da musst du jetzt noch Lampen reinbauen und dann hinten Kabel reinlegen warum kann ich nicht also weil keine Verbindung mehr besteht auch du bist so ein Trottel ja er hat einfach alles gefickt sieht man auch nicht dass da Kabel liegen nein das sieht man nicht aber ich hab noch ein und jetzt der Klaustradill was ich hab noch das Klaustradill ich hab noch das Klaustradill ja den brauch ich dann wahrscheinlich hier unten irgendwo denk ich leg's mal so tief dass er Markus nicht wieder auf die Idee kommt das abzubauen ich kanns nicht tiefer legen ich kanns tiefer legen was hier zwei transportbasis und ein glas wasser cool danke ich brauche jetzt erstmal wieder kabel alter ja hier warte habt doch alles in meinem tag was hat alles was war noch da alles nichts machen wir jetzt eigentlich da hin markus ist die fläche der markus verreckt jetzt gleich erst mal was passiert hat ich wollte es da ab das ist warte und wagen warum warum verstehen die man im dach wie du weißt dass wenn du das noch eine etage runterbaust dann stehen da bäume ja weil da geht sie nicht runter müssen wir ja warte okay das ist nicht noch eins und das ist ja ein wäscher was er nicht aus dem Weg ich habe nicht das ist jetzt abgebaut mit guter das gibt es ja er die Köln wenn ihr seid beides so unfähig mit wem arbeit ich ja nicht zu sagen nach was So, wo's denn die Import-Bus ist? M-E-Import-Bus Das ist mein Dinger-Leer-Sopper Man, ich geh schon wieder out of energy Mach mal, mach mal, mach mal jetzt hier irgendwas Sinnvolles Ja, wir arbeiten hier Ihr zwei Arbeiten und sinnvoll Das passt irgendwie nicht Warum liegt eigentlich ein Strom? Warum habt ihr jetzt immer mir zugebaut? Hat ihr irgendwie behindert? Das weiß ich nicht Das war auch so Warum über uns wenn das Ding zuzubauen, du Lappen, du Jeländiger Was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Warum liegt hier eigentlich die Stromkabel rum? Das ist auch halb wie hinter die Lege Also ich glaube, ich spinn Er liegt so wie hinter das Stromkabel Weil hier Maschinen entstanden gerade eben noch Mongo Das Kabel ist jetzt mal wirklich mal nutzlos Das lässt dann natürlich stehen Das geht einfach nichts aus Das Kabel bleibt stehen Nein, das Kabel ist nicht nutzlos Das ist auch noch Das Kabel hier muss auch irgendwie wieder verbunden werden Das sind die Solar Panels an der Mühle Achso, ja, gut, da ist halt gelaufen Ich baue es diesmal tiefer Ich füte nicht mehr weinen muss Wie ist es einfach an? Reicht die Folge noch dafür? Für was? Die Folge ist gerade eben zu Ende Kürz Du musst natürlich die Steine wolltest du wieder ausschalten Ah ja, danke Wo bin ich jetzt gerade hier? Wo bin ich hier? Ah, ich bin hier nicht Hier bin ich, ja gut, gut, gut Heißt, ich muss wahrscheinlich hier noch Hm Ist hier der Stromkabel? Hallo, hallo Strom Jaaaa Und da mach ich einen Anschluss Ich hab da noch was Hier mach ich einen Fat Connect Hier Da komm ich nicht mehr hin, Alter Wir haben noch 46.000 Steine drin im System Also das reicht noch ein Weichen Da komm ich nicht mehr hin, wo du gerade hingeworfen hast Das sind schon Kabel Aber irgendwie verbrauchen wir keine Energie mehr Ja Also ne, da kommst du nicht mehr hin Drei, zwei, eins Leute auf Wiedersehen Hallo Hallo Nein, ich hab auf Wiedersehen gesagt, nicht Hallo Tschüss Ja